Hallo, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und das Wochenende steht wieder vor der Tür. Das heißt, wir schauen in die Energie vom Wochenende in den Freitag, Samstag und Sonntag rein. Was kommt auf uns zu? Worum geht es? Vielleicht hast du schon die Wochenbotschaft gesehen. Das hier ist praktisch nochmal einfach ein Screenshot von dem Wochenende an sich. Das ersetzt aber natürlich nicht die Wochenbotschaft. Da kannst du auch gerne reinschauen. Und natürlich sind auch schon alle Sternzeichenlegungen für den Dezember, den wir jetzt bereits haben, online. Das heißt, ja, vielleicht schaust du mal vorbei und kriegst noch ein paar Infos, was so auf dich zukommt. Ja, zu Beginn möchte ich mich einmal von Herzen bei dir bedanken. Es freut mich wirklich sehr, wie der Kanal wächst. Vielen Dank, schön, dass du da bist für die ganzen Likes, die ich bekomme, die liebevollen Kommentare. Und du kannst es dir nicht vorstellen, aber das unterstützt mich wirklich, das motiviert mich. Und ja, ich bin überglücklich, dass ich im besten Fall dir auf irgendeine Art helfen oder dich unterstützen kann. Also von Herzen, Dankeschön. Und des Weiteren, ja, möchte ich darauf hinweisen, bevor ich starte, alle Kartendecks findest du in der Infobox. Aber du findest dort auch die Anmeldung zum Ritual- und Trance-Abend live via Zoom mit mir am 12. und 19. Dezember. Und es gibt sogar eine Aufzeichnung, auch wenn du nicht live dabei sein kannst, kannst du es für dich zu Hause nachholen. Also melde dich gerne an. Ebenso, worauf ich mich so freue, ist die Rauhnachtsbegleitung. Und es ist jetzt online, also du kannst es unten jetzt erwerben. Du hältst auch sofort Zugriff darauf, weil es mir ganz wichtig war, dass du die Rauhnichte dann praktizierst, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Und ich weiß, sehr viele in der spirituellen Welt, sage ich mal, fühlen die Rauhnächte jetzt zu einem anderen Datum, zu einer anderen Zeit. Und da dachte ich mir, macht es einfach Sinn, dass du direkt Zugriff auf alles hast. Natürlich, wenn du klassisch bei den Rauhnächten, also starten möchtest am 21. Dezember, beziehungsweise am 24. Dezember in der Nacht, dann würde ich dir raten, nicht vorzusetzen und dich überraschen zu lassen. Denn du erhältst wirklich 14 Videos. Du hältst ein komplettes Jahresorakel, ein Auswahlorakel. In den einzelnen Videos für jeden Monat im neuen Jahr ein Orakel und von mir eine angeleitete, ja, Selbstreflexion. Ich erkläre dir den Ritus, ich erkläre dir die Bräuche und wir räuchern zusammen und wir ziehen auch Wünsche. Und ich begleite dich komplett dadurch. Also, wenn du Lust hast, dann, ja, sei mit dabei. Wie gesagt, es ist eine Art Videoreihe, damit du es für dich selbst praktizieren kannst. So, und ich würde sagen, wir schauen mal in das Wochenende rein. Ich verbinde mich mit dem Seelenkollektiv. Ich verbinde mich mit dem Seelenkollektiv. Denn es gibt hier die News zum Wochenende. Ich verbinde mich mit dem Seelenkollektiv und mit dem Wochenende, mit der Wochenendenergie. Freitag, Samstag und Sonntag. Was kommt auf uns zu? Was zeigt sich? Worum geht es hier? Ich glaube, seit ewiger Zeit nochmal das Seelenkollektiv. Dass wir freitags keine Schwerter haben. Freut mich, ja. Okay. So früh gefreut. Ey, das gibt es doch nicht. Das ist ja wirklich genau immer fast die gleiche Karte. Das ist ja dieselbe Karte. Und die sieben der Stäbe. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? So, da, da, sieht man das. Ja, meine Lieben. Was ist das denn? Der jetzt zugehört hat beim Mischen. Ich habe die erste Karte aufgedeckt und sagte, wow, das ist das erste Mal, dass hier keine Schwerter liegen. Und schwupps kamen die 5 der Schwerter im Unterbewussten. Und ich meine diese Karte. Und 5 der Schwerter und 8 der Schwerter ist so oft präsent am Freitag, generell in den Legungen, immer zum Wochenende. Verrückt. Wir haben hier 2 Personenkarten. Wir haben den Turm. Also das ist echt ein verrücktes Wochenende. Ich bekomme es sehr vielfältig, gerade was die Emotionen betrifft. Wir starten einfach mal mit dem Freitag. Und das, was ich hier so bekomme, ist mit dem Sex des Wassers, dass du zurückgeführt wirst in die Vergangenheit. Du wirst hier zurückgeführt. Entweder triffst du jemanden aus der Vergangenheit oder du erinnerst dich. Es ist so, dass du vielleicht ein Fotoalbum durchblätterst und auf einmal siehst du vergangene Zeiten und verbindest dich mit diesem Gefühl. Es ist aber eine schöne Erinnerung. Es ist eine Erinnerung an schöne Zeiten. Wir haben hier dennoch die 5 der Schwerter im Unterbewussten. Was dir zeigt, dass vielleicht aber auch nicht alles so schön war und du wirklich... Vielleicht hat dich damals jemand verletzt. Das bekomme ich gerade so ein. Vielleicht lief damals etwas mit dieser Person oder allgemein mit diesen Menschen. Was auch immer. Vielleicht lief damals etwas nicht so rund. Vielleicht war jemand sehr egoistisch damals. Also wirklich dieses sich durchsetzen ohne Rücksicht auf Verluste und vielleicht wurdest du dadurch verletzt. So bekomme ich das. Man hatte nur sein eigenes Ziel im Blick. Man hatte nur seinen eigenen Vorteil im Blick. Und das bekomme ich aber nicht für dich. Ich bekomme eher so, dass dir das zugetragen wurde. Und da kann es sein, dass du dich zum einen an schöne Zeiten erinnerst, aber natürlich auch immer mit diesem negativen Beigeschmack. Dass dir klar wird oder wurde irgendwann, dass jemand da eigentlich nur auf seinen eigenen Vorteil aus war. Wir haben den Sarg. Der Sarg steht, dass du diese Situation entweder komplett bereinigst. Also dass du das komplett beenden kannst. Diesen Schmerz, diese Verletzung aus der Vergangenheit oder auch diese Einstellung immer noch zu kämpfen oder sich wehren zu müssen. Also es wird hier etwas beendet. Ein Neubeginn. Also das ist das Klassische. Besser kann es hier nicht sein. Etwas wird hier beendet. Und ein Neubeginn gerade im Bereich der Konflikte kommt auf dich zu. Etwas wird hier wieder schön. Oder du entscheidest dich etwas komplett zu verlassen. Wie auch immer. Es wird hier etwas geklärt werden. Hoffnung, großes Wasser. Bei Wasser sind wir wieder, bei den Emotionen ist es so, dass hier auch deine Gefühle gereinigt werden. Also es geht hier wirklich um Situationen, vielleicht auch sogar um mehrere Menschen oder um ein Bündnis. Was du jetzt nochmal beleuchtest, nochmal fühlst und dann das Negative loslässt und in eine komplett neue Haltung gehst. Hier haben wir auch die Haltung. Du gehst in eine komplett neue Haltung. Es kann sein, dass du dafür etwas loslassen musst. Vielleicht einen Menschen, vielleicht aber auch einfach nur deine Einstellung. Und dann geht es in etwas Neues. Ein Neubeginn ist hier präsent. Worum geht es am Freitag? Doppelte Bestätigung. Hier haben wir es sogar stehen. Neubeginn. Ein Neubeginn auf allen Ebenen. Vom Gefühl würde ich jetzt hier ab... Oh, ich habe sich noch eine Karte umgedreht. Die habe ich nicht gesehen. Sorry. Rosengarten. Neubeginn und Rosengarten haben wir hier. Das zeigt ein Neubeginn besonders auf die Gefühle, auf eine Veränderung in dir, aber auch generell, dass du dich verändert hast und du jetzt besser mit etwas umgehen kannst. Das ist doch sehr, sehr schön. Wow. Vom Gefühl möchte ich hier trotzdem eine Tarotkarte von einem anderen wegziehen und wissen, worum handelt es sich hier bei dem Neubeginn? Worum handelt es sich hier zum einen natürlich die Gefühle, aber worum, was ist hier das Thema des Neubeginns? Der Hierofant, das ist hier das Vertrauen an alles. Das Vertrauen und die Erkenntnis, dass alles einen Sinn macht. Auch wenn du hier verletzt wurdest in der Vergangenheit, du weißt, das alles hatte einen Sinn. Das alles führt dich hier nur nach oben und es hat auch mit dir zu tun. Das heißt, du bist dadurch gewachsen und du bist dadurch der Mensch, der du heute bist. Wow. Das ist ja ein toller Tag. Ich bekomme den Tag aber tatsächlich als, also wunderschön mit einer Art Leichtigkeit. Ich bekomme wirklich eine Art Leichtigkeit rein und dass sich das alles wie ein Erkenntnis auf einmal fügt. Sehr schön. Wir gehen mal in den Samstag. Wir haben den König des Feuers und wir haben den Turmen unterbewussten. Da ist es natürlich so, dass an diesem Tag eine Person für dich sehr relevant sein kann. Der König der Stäbe ist jemand, der sehr reizend ist, der sehr leidenschaftlich ist, der vielleicht auch gut aussieht. Jemand, der eine gewisse Ausstrahlung hat und impulsiv sein kann. Und dieser Mensch, für viele wird es ein Mann sein. Wenn du als Mann zusiehst, kann es für dich eine Frau sein oder ja auch ein Mann sich in einer Art als Freund oder Bekannter darstellen. Also es muss jetzt, ich rede jetzt hier nicht unbedingt von Liebesbeziehungen. Es geht hier nur um eine Person, die das repräsentiert. Und im Unterbewusstsein haben wir den Turm. Das heißt, es könnte auch hier eine Erkenntnis stattfinden. Es könnte hier etwas aufbrechen, eine Ansicht vielleicht zu der Person oder etwas, was dir bewusst wird. Wir gehen da natürlich jetzt tiefer drauf rein. Einmal bitte auf den König der Stäbe. König der Stäbe liegt hier mit dem Blumenstrauß eigentlich ein Geschenk. Das heißt, du bist sehr harmonisch mit diesem Menschen an dem Tag. Er kommt vielleicht sogar mit einem Geschenk auf dich zu. Also vielleicht wirst du an dem Tag beschenkt oder aber die ganze Atmosphäre ist wie ein Geschenk. Du fühlst dich wohl, du fühlst dich gut. Also diese Verbindung, die trägt euch beide. Wenn ihr euch beide seht, geht die Sonne auf und das muss jetzt nicht, wie gesagt, dein Gegenüber sein. Das kann auch in Freundschaft, Familie sein, ein Onkel sein, was auch immer. Aber es ist eine sehr bereichernde Verbindung. Da frage ich mich doch, was soll der Turm? Eine Klärungskarte auf den Front, bitte hier. Hallo, okay. Ein Ring. Wir haben den Ring hier. Der Ring steht natürlich für etwas Wiederkehrendes. Er steht aber auch für Verträge, Bündnisse. Das ist interessant. Also der Turm mit dem Ring. Nee, da möchte ich noch eine Karte drauf haben. Eine Karte gibt es ja auf dem Turm. Der ist Karte Turm. Danke. Das ist interessant. Wir haben hier wieder die Sechs der Kelche liegen, die hier schon freitags liegen. Okay, ich bekomme gerade, es kann gut sein, dass es hier mit der Thematik am Freitag noch zusammenhängt oder es an eine komplett neue geht, die dieser ähnlich ist. Du wirst an diesem Wochenende extrem in die Vergangenheit versetzt. Vielleicht, und da bekomme ich viele Situationen, vielleicht kommt auch dieser Mensch auf dich zu mit einem Art Angebot, mit einem Art Vertrag, mit etwas, was in der Vergangenheit gestartet wurde, jetzt weitergemacht werden soll. Das kann auch sein. Dass man sagt, okay, vielleicht hattet ihr schon mal zusammengearbeitet oder irgendwas zusammen gemacht, was auch immer. Und man sagt jetzt, man möchte das wieder aufleben lassen. Man möchte wieder in die Wiederholung gehen. Der Turm ist dadurch, dass etwas dann plötzlich auf dich zukommt, damit rechnest du halt nicht. Das heißt, dein Unterbewusstsein rechnet auch nicht damit. Und ich weiß, es ist etwas widersprüchlich, diese Aussage, aber es kommt etwas plötzlich und das macht im Unterbewussten viel mit dir. Du gehst in die Erinnerung, wie war das damals mit dem Menschen, wie war das damals in dieser Situation. Und du wägst für dich ab, ob du das wiederholen möchtest. Generell kommt diese Person aber wirklich mit einer sehr positiven Haltung. Und hier haben wir wieder die Arbeit. Interessanterweise ähnelt das so ein bisschen der Thematik aus den kommenden 48 Stunden. Vielleicht hast du es schon gesehen. Wenn ich schaue es dir mal an, für mich steht hier so eine Verbindung drin, weil auch da kommt etwas oder jemand mit einem Vertrag, einem Angebot auf dich zu. Also da kannst du definitiv auch noch Informationen für dich holen. Also du bist hier noch im Beleuchten. Vielleicht aber, wenn es damit zusammenhängt, dass diese Person nicht mit einem Angebot auf dich zukommt, sondern eher dir ein Geschenk bringt, dann kann es sein, dass du dir einen Rat von dieser Person holst, bezogen auf das Angebot von einer anderen Person. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Auf jeden Fall bekommst du hier, ja, also etwas wird dir klar, etwas reißt auf. Der Turm ist das Aufbrechen und das könnte hier sehr gut mit Erkenntnissen sein. Vielleicht auch einfach, dass du hier plötzlich die Antwort bekommst auf die Entscheidung, die du treffen musst, bezogen auf ein Angebot. Für den Samstag bitte eine Karte. Innere Stärke haben wir die Maus. Das heißt, innere Stärke bekommst du auch von außen, das heißt von anderen Menschen, von dem König der Stäben, von anderen. Du bekommst die Stärke, weil du hier aufbrichst und dadurch, dass du dann eine Erkenntnis bekommst, weißt du vielleicht dann genau, was hier zu tun ist. Sehr interessant. Aber der Samstag verspricht sehr schöne und lustige Zeiten. Ich bekomme das Gefühl von Wärme einer Gemeinschaft. Vielleicht trifft man sich mit Menschen oder mit einem Menschen. Vielleicht auch Feierlichkeiten. Vielleicht hat es schon etwas mit Weihnachten zu tun. Wir sehen hier die ganzen Funken. Also du wirst auch sehr berührt werden an dem Tag. So, und nun kommen wir zum Sonntag. Da haben wir im Unterbewussten die Sieben der Stäbe und den König der Kelche. Und da kann es sein, dass du entweder wieder Kontakt hast zu einer Person, die die Eigenschaften des Königs der Kelche mitbringt. Jemand, der dir zuhört, jemand, der dir einen guten Rat gibt, der sagt, hör mal, schau dir das alles mal an, fühl da mal rein, ich helfe dir dabei. Es könnte sich hier auch um einen Coach, einen Lehrer handeln, um eine sehr liebende und hilfsbereitende Person. Im Unterbewussten ist es so, dass du bereit bist, dich für dich selber einzusetzen, dass du bereit bist, in einer guten Position zurückzuschlagen oder halt auch einfach zu antworten. Das muss jetzt gar nicht ein Kampf oder eine Streitigkeit sein. Das kann ja auch einfach sein, du verteidigst dich, du verteidigst deine Meinung. Es kann natürlich auch sein, dass du deine Meinung gegenüber diesen König der Kelche verteidigst. Also, dass man spricht über Gefühle und du einfach deine Gefühle ganz offen und direkt aussprichst. Eine Klärungsschritte für den König. Könnte auf ein Familienmitglied hindeuten mit den Bäumen. Könnte auch einfach sein, dass jemand, der dir Kraft gibt, jemand, der es auch gut mit dir meint, jemand, der daran interessiert ist, dass es dir gut geht. Auf die sieben der Stäbe haben wir den Schlüssel. Es kann sein, dass es halt genau darum ging, dass dir diese Situation passiert ist. Was auch immer, entweder die oder die hier oder vielleicht ist es auch eins bei dir. Letztendlich ging es auch darum, dass du wieder für dich einstehst und du weißt, wohin du willst, in welche Richtung. Und das bekommst du hier mit dem Turm, bekommst du die Erkenntnis. Du weißt wieder, wo es lang geht und das diente auch dem. Das ist der Schlüssel für dich. Eine Orakelkarte bitte für den König. Wer ist dieser König des Wassers? Sechs der Münzen, das ist jemand, der dich unterstützt. Das ist jemand, der sehr hilfsbereit ist, wo ihr euch gegenseitig eigentlich schon oft unterstützt habt. Vielleicht hat er dich auch finanziell unterstützt oder wird dich finanziell unterstützen. Es ist jemand, der dir wirklich helfen möchte, der wirklich einen guten Rat dir schenken möchte. Und du bist sehr verbunden mit diesem Menschen emotional. Dieser Mensch wird dir helfen. Auch hier bekomme ich eine Art Bündnis rein. Wir haben hier die liegende acht. Tatsächlich, so sieht man es fast, diese weißen Striche. Also es könnte sich hier wieder ein Vertrag, dass man sich Hilfe holt, bezogen auf ein Angebot. Ob man einen Deal angehen soll oder ob man sich gegenseitig unterstützen soll. Eine Botschaft auf die sieben der Stäbe. Dann haben wir drei. Wir haben die fünf der Münzen, den Wagen und jetzt die Königin der Kelche. Also praktisch der Gegenpol hier, was mir zeigt, du bist auch in der Kelchenergie. Und auch hier stecken Hinweise drinne auf die Legung von den kommenden 48 Stunden. Das zieht sich natürlich. Zeit ist natürlich fließend im Tarot. Also du darfst hier reinfühlen, beleuchten und wirklich schauen, wohin möchte ich gehen. Auch hier haben wir wieder den Schlüssel drauf. Das ist dein Schlüssel. Du kommst hier wieder in deine eigene Navigation reinbekomme ich. Sehr schön. Das ist die Lösung. Es ist aber nicht so, als würde die Lösung komplett zufallen, sondern das war ein bisschen Arbeit hier, dass du darauf stoßen konntest. Das schützende Nest, das heißt, du bist definitiv geschützt, auch gefühlsmäßig fühlst du dich behütet und geschützt. Auch im Austausch mit dieser Person kommst du schützend an deine Lösung. Also es geht hier darum eigentlich, deine eigene Lösung zu finden. Es geht hier darum, wieder mit deinen Gefühlen in Verbindung zu stehen und die Antwort zu finden. Wow, das ist sehr, auch ein sehr großes Wochenende, auch wenn es sich nicht so anfühlen wird, aber da passiert ganz, ganz viel. Auch hier möchte ich noch zum Schluss eine Botschaft vom Universum für das Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag haben. Und was ist hier der Rat des Universums? Säule des Lichts, deine Schwingung erfüllt sich, du bist das Orakel. Und das sagt mir, dass du hier etwas ganz Tiefliegendes nach oben geholt hast, etwas erkannt hast und jetzt wird es weitergehen und du entscheidest, wohin. Und du siehst auch schon vor deinem inneren Auge, wohin es gehen soll. Und was jetzt hier deine Lösung ist, du bekommst deine Lösung an dem Wochenende. Ob es jetzt eine innerliche ist oder eine, die du direkt umsetzt, das ist für jeden anders. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Ich wünsche dir von Herzen ein wunderschönes Wochenende und dass die Lösung ganz sanft zu dir kommen mag. Und ich bedanke mich von Herzen fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Vielen, vielen Dank und bis ganz, ganz bald. Mach's gut. Mach's gut.